Okay, gib mir nicht Sachen ab. Die Sniper gehört mir. Joch, medikete da. Jetzt belebt mich mal. Ich hab ihm zwei Headshots gegeben. Ich hasse es zu gucken, weißt du das? Mach nicht. Mach doch nicht. Drei, zwei, eins. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Wakashi wieder hier am Start mit einer neuen Runde Fortnite. Das ist mein kleiner Bruder. Ikosuma. Die hässliche Fresse haben wir tatsächlich beide drauf. Wir starten eine chillige Runde Fortnite Duo. Traumfeuer die Brille mal. Er ist Brillenträger. Er hat die besseren Zähne. Ich hab die besseren Augen. Genetik. Übrigens hab ich den besseren Bizeps. Und ich hab den größeren Schwanz. I am the one, don't wait your time, don't need the guns and give respect up on the street. Oh. Okay. Also. Häufig ist es so, dass ich meinen kleinen Bruder carryen muss. Carryen muss. Wollen wir mal Plösterchen machen? Plösterchen. Mit dem Finger nach oben. Ne? Wird man nicht loben. So. Oh. Oh. Also mein Bruder wollte, hat noch bestanden, dass wir Cappies tragen, weil er heute Bad Head Day hat. Oh. Shifty. Shifty Shifty. Shifty Shifty Shave. Okay. Hast du auch schon diese, äh, im Sturm des Auges dreimal? Echt jetzt? Ja. Was muss man da machen? Ähm, du musst in die Mitte von dem Sturm. Let's go. Und dann ist da so eine Säule, die du aufsammeln musst. aber ist bemerkbar also sichtbar ja die solle siehst du also die siehst du halt nur wenn du in der nähe bist aber wie so ein stern ja ist wie so ein stern so ein lilaner stern ich lande echt scheiße ich lande echt scheiße umgewehr bei mir ist hier einer ich brauche schnell eine wache da war irgendwo medikit da drüben ich sag ja ich muss mal ein kleines rohmer carry hier ist bei mir man trinkt mit schrot erst hier jungen schreckt mich doch nicht er macht mein leben kaputt er hat mich schon und ich habe noch zwei weil ich muss den ja ficken du hast 20 sehen dass auch der bildschirm das ist jetzt nicht mehr so dass man im zimmer bist und ich mein zimmer bin und du lügen kannst kleiner lügenbaron aber was pop portionier ist doch noch dass man auf den berg da da ist meistens eine kiste hinter dir hinter dir ich bin tot aber noch bei ihm schlecht digga wie habe ich den eigentlich geschafft oh endlich habe ich den den blitz ich habe die fotze jetzt die habe ich schon länger so eine vorlage für dich eigentlich ich habe die fotze eigentlich die habe ich schon länger seit der geburt der oft trinkt jetzt mal einen cola also john wick mit tasche nein mann digga nur schuchtelnd tragen tasche mann du hast du selber ne tasche im azoni da sieht man ja nicht alles ja also ich will dass wir einmal erster werden wieso haben die uns gefickt so digga ich hab mich jetzt scheiße meine schule ist richtig kacke und mir ist heiß digga zieh doch ein shirt an in der nächsten stunde wenn wir so tun als hätten wir eine neue aufnahme aber weißt du warum es risky heißt nein wieso weil es risikoreich ist weißt warum es salty heißt weil es salzig ist da hinten ist ein lama ich geh zum lama wie das ein lama hier ist ein goldener dings hier mit einer goldenen scar drin und einer goldenen sniper 500 holz ja oh du hast ja fast 500 holz ja ich hole mir die auch gönn dir gönn dir hol dir den mein kollega wird jetzt sagen gönn jamin und das nennt sich blühe also was haben wir hier noch aber beim ich sie schon kommen digga wir werden looten looten und irgendwelche schwanzlutscher ballern uns mit der ersten gelegenheit weg wieder da rechts rechts nordosten 75 schießt nicht schießt nicht auf den berg er hat uns gesehen da ich sehe ok komm er will mich als sniper ok er baut sich zu er ist alleine ein zweiter links ist noch einer der sheriff hat eine sniper und baut sich jetzt hoch guck mal wie er sich hoch baut aber digga wir müssen ach wir müssen noch nicht so das ding in die zone noch mal kaputt macht kaputt ich mach kaputt ich mache alle kaputt weil ich bin albaner noch ein bisschen noch ein bisschen nein ich habe keine so scheiße munition oder was headshot hast du ihn? ja digga dennis digga dennis digga dennis digga aber sein lootgeld ja run verpiss dich goldene sniper der sheriff ist oh zone 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 lauf weg ich habe links ich habe jump head lauf spring spring brother was hast du? brauchst du nicht? ne brauchst du nicht ich nur den aber jetzt schnell lässt es uns einer hat 30 alt bekommen 1 last genommen 1 last ok beide tot nice brother 2 killst du 1 kill ich let's go da ist ein lootdrop im westen auf dem boden schon auf dem boden? ja da sind 2 lootdrops nebeneinander echt jetzt schon bei mir ich weiss nicht wer du machst da jetzt ein meme rein oder so wie ein schwanz oder so digga welchen nimmst du? ich nehme links dann nehme ich den rechten so ich dich kennen würde schon gerne aber nicht ein bisschen weiter nehmen du fette sau du so jetzt haben wir ganz viel zeit für uns alleine ne das ist unten nein da oben sind sie ich sehe sie auf nordwesten auf dem berg ganz oben ok die haben sogar dabei ok, pass auf Bro, das ist auch eine goldene Skada nicht? ZONE! ZONE! Bist du vergessen, nicht mal was er nicht mehr was hat Bist du vergessen wir das immer Wir gehen in die Fabrik, komm, wir müssen passiv spielen Hier ist ein Automat Ok, vielleicht ist der Medicaid drin Müll, Müll, Müll am Ende rein Ach, das ist diese Mitte oder was? Ja Warte, komm, ich sag mir das ein Lass die fetzen, lass die fetzen, lass die fetzen Ich hab einen niedergeschenkt Er kommt zu mir Er ist hier, er ist nervös Ich hab ihn! Vorsicht Es sind noch zwei Schießt du? Bist du hier? Ja ja Nein, oh Dennis Oh, er ist oben, er ist oben, er hat mich abgeknallt Wo oben? Oben auf dem Berg bei mir Oh nein, ich bin tot Ich bin tot Der Uhrensohn, Digga Ich hätte mich komplett zu bauen sollen, Digga Fuck Das sind drei Einzelne Da ist er Da ist er Da, da, erstmal noch da Pass auf Da, 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 da Warte Nicht schießen, nicht schießen Erst wenn sie sich chillt, weißt du? Erst wenn sich das Vieh entspannt Dann musst du's töten Er baut sich unter Jetzt, er will looten Er will looten Nimm mit Scar Geh mit Scar hin Raketenwerfer Scar Raketenwerfer wechseln Du hast ihn erwischt Du hast ihn erwischt Du hast ihn ein bisschen erwischt Jetzt, bumm BUM 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 So sieht mein Arm größer aus als mein Gesicht Okay Lass mal das Risky, Digga Gehen alle wenn Wailing geht und wir können von Risky zu Wailing und alle weggenlassen. Wir gehen Wailing. Nein! Bloß nicht Digger, ich schulde, ich hab Kopfschmerzen vom Wailing bekommen. Einer landet in der Mitte, da hinten liegt eine goldene Skar einfach so rum. Nein, echt jetzt? Ja. Hab ihn. Bummessin. Ach gut, ne Roten. Geht nach Wohin, Digger. Roten, Digger. Das ist keine Mutter, Digger. So, ich geh zur Skar. Ja, hol die Skar. Oder was das auch war. Aber am besten gibst du mir die Skar. Oh, das ist ne goldene Skar, ja man. Hier, guck. Aber am besten gibst du mir die Skar, weil du kannst damit nicht so gut umgehen, hab ich gesehen. Du kriegst nichts. Geh in die Scheune da links. In die linke Scheune. Und im LKW bei dir muss noch eine Sache sein. Du sagst mir nicht, wo ich hingehe. Digger, er ist... Dennis, komm. Danke, Digger. Ja, ich schwör's dir, er hat zwei Headshots kassiert, ja. Ist's mir gefallen? Mach das bitte in deinem Videorende. Ich hab ihm einen One-Shot mit Desert Eagle gegeben. Ich hab ihm zwei Hatties gegeben. Okay, gib mir nicht Sachen ab. Die Snapper gehört mir. Jo, Medikital. Jetzt belebt mich mal. Ich hab ihm zwei Headshots gegeben. Noee?! Oh! Bo Quila! Oh! Guck, ruck, l's! Hahaha! Ich hasse das zuzugucken, weißt du das? Hahaha. Hahaha! Mach nicht! Brww! Mach doch n'x! Booha! Stau, komm! Buh! Hast du beide Schlürfis? Ja man. Oh man. Guck mal. Wir haben ein Medickit. Wir haben einen Fufi. Wir haben zwei Minis. Wir haben zwei Schlürfis, wir haben einen großen Yarak Du bist voll, äh, zumindest sagst du immer, du bist nicht, du machst immer so auf Kameras, dann bist du ein ganz anderer Mensch Und du bist selber, äh, Gustav, sein Vater Jetzt kommen wir da Warte, hier ist bestimmt noch nicht gelootet Doch, guck du mal Hier ist nicht gelootet, siehst du? Siehst du? Siehst du? Hier, siehst du nochmal Und hier ist noch eine Kiste, man, auf einem, Digga Wenn da jetzt keine Goldene Skar kommt Oh, es wohl ihm Oh, das war uns ein Digga Ja, mach kaputt, zeig ihm noch, wo wir sind, ey Auf dem Berg Lassen wir mich hier, auf den Ja, komm, aber lass von hinten, nein, nein, von hinten Ich hoffe, da ist eine Goldene Skar drin, Digga Darf ich auch machen? Du hast schon eine Goldene Skar Du hast Raketenwürfe und eine Sniper, was willst du noch? Du Gierschlund Bitte nenn mich wie immer Missgeburt Oh, ey, einer hat einen Händschutz verpasst, 240 hat er bekommen Oh, Digga Raus, da, raus, da, raus, da Oh, da drüben, da drüben Er schießt auf sich, er schießt auf sich Ich hab ihn gesehen, okay Einer ist im Haus drin und einer ist auf dem Haus Oh, hinter uns auch noch Oh, die stehen so scheiße, Mann Einen hab ich getroffen Den da aus Westen, 255 Hast du geschossen? Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, Hörmann Das sind die zwei, Mann, die wir hier vergessen haben Die kommen, die kommen, die kommen Einer rushed Einer rushed Einer ist bei mir, einer ist bei mir Er ist bei mir Sauber Er ist bei mir, er ist bei mir Er ist bei mir, er ist bei mir Er liebt seinen Kollegen Die haben ihn nicht gesehen Okay, ich muss nochmal kurz Auch nochmal bänden Wie mache ich das? Raus aus dem Spiel Doppelklick Niemals Da raus gehen, Dennis Hab ich dir gesagt Raus aus dem Spiel Raus aus dem Spiel